Ich bin heute mal wieder mit dem Rad unterwegs. Das Eis ist ein bisschen weg mit meinem Drahtesel. Und was ich dabei habe ist meine EGC Tasche, die ich ein bisschen neu geordnet habe. Und ich wollte ein bisschen feiern. Den Mini Hobo oder wie ich sie nenne, meinen Feuerwürfel einweihen, die Nalgene Flasche von Micha und mal sehen. Ich habe ein bisschen was zu essen dabei. Der Hobo muss natürlich auch zunftgerecht eingeweiht werden. Und ich bin gleich am Oberwaldsee wieder angekommen, an der Feuerstelle. So, dann ist der Oberwaldsee. Aus der Perspektive eines Liegeradlers. Ein bisschen aufpassen hier. Wow, ein bisschen leicht matschig, leicht gefrorener Boden ab und zu. Ich bin gleich da bei der Feuerstelle. Das war so um die Eispütze herum. Der See ist zugefroren zum Zitat. Wow, ein Schlagloch. Bleib zugefroren. Und da bin ich wieder. Jetzt heißt es EDC Tasche auspacken und aufbauen. Und da ist mein neues Baby. Ich habe mal den Hobo bestickt. Und dann gibt es heute zu essen. Ein paar vegetarische Würstle. Und ich habe noch von gestern Pellkartoffeln dabei. Die werde ich mir dann aufwärmen. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das geht. So. Jetzt gibt es bei euch Essen. Jetzt gibt es bei euch Essen. Ge valve. Schau. Gästen Älken. Jä комbein. Die Leute zufrieden. So, haben wir gegessen, wird jetzt noch. So, das ist gut. 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 So, let's put it together. Wow, das ist nervös. Es ist aufgegessen, jetzt wird aufgeräumt und ich verabschiede mich mit diesem letzten Clip hier und tschüss.